Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Montagstour wieder im Südschwarzwald Das ist der Vorteil, wenn man in Rente ist, da kann man auch unter der Woche fahren, da ist noch weniger los im Wald Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier bergauf wird es natürlich jetzt wieder etwas anspruchsvoller Ausvoller Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt auch hier klappt nicht immer alles Unbedingt jedes Mal Die Linie war ungünstig, ich glaube ich bin hier als durch Deine Linie ist ungünstig, ich bin als direkt über die Wurzel drüber Die Hände liegen Da rein gleich So, in den nächsten Versuch Und besser Das war aber die Schwierigere Ja, aber die fahr ich nochmal so Ah, ok Ich fahr die nochmal so So, den hier kennt ihr ja, die hängen hier überall ab Nö, Spaß Natürlich Tradition hier im Schwarzwald Über all diese Anwegkreuzungen und so weiter Bis dann der hinweis hier ist ja mal ganz interessant nur fällt es nicht so arg auf unten an dem stock und dem schilder stock aber interessant mal zu sehen hallo zusammen heute sind wir wieder unterwegs im süd schwarzwald auf dem thoma weg glaube ich wenn ich es richtig weiß jetzt geht es dann wieder einwärts das heißt runter im loser 640 m runter zu werden die schon mit angezogen knie und arm schoner und mundschutz für den helm abonniere ich Untertitelung des ZDF, 2020 Wir hoffen das Video hat euch gefallen, einen Daumen würden wir uns freuen und tschüss bis zum nächsten Mal.